Na, 20. Minute. Die 20. Spähminute. Es nimmt 2.0 für Erste Deutsch. Was ist passiert? Zunächst abgefangen von Ivan Schic und dann hier. Ja, da muss man gar nicht viel drüber reden. Wir bedanken uns für dieses Geschenk. Ottmar Ferö. Das ist vom Namen her so, wie wenn bei uns einer Österreich heißt. Innenverteidiger mit dem schweren Partzer.